Hallo zusammen, ja heute mache ich mal ein Video, was wahrscheinlich nicht für alle interessant sein wird. Es geht um die Kommandozeile, die Pass-Variable von Windows und Kommandozeilen-Tools, die ich dann quasi von überall auf der Kommandozeile aufrufen kann. So, machen wir erstmal ein bisschen vorgeplinkelt, erkläre ich erstmal worum es jetzt hier geht. Ich habe mir jetzt hier diese Nougat-Exe hier heruntergeladen von der Webseite jetzt hier. Ist im Prinzip auch nicht so wichtig, was jetzt hier für, ja was für Datei das ist. Ist im Prinzip ein Kommandozeilen-Tool für Windows. Also etwas, was ich hier über die Eingabeaufforderung ausführen kann. Ich habe diese Nougat-Exe jetzt hier noch in meinem Download-Ordner. Da macht es natürlich nicht viel Sinn, dass die da liegt. Die kopiere ich jetzt einfach mal, rechtsklick kopieren und die möchte ich jetzt unter C ablegen. Und zwar lege ich mir jetzt hier für meine Kommandozeilen-Tools einfach einen neuen Ordner an und nenne den jetzt hier mal Tools und füge das Ganze jetzt hier ein. Da ist sie jetzt. Und ja, die Pass-Variable, die ermöglicht uns sozusagen, dass ich jetzt von überall diese Nougat-Exe aufrufen kann. Ich habe jetzt hier zum Beispiel mal eine Eingabeaufforderung. Und wenn ich jetzt hier Nougat.Exe eingebe, dann kommt hier der Befehl nicht gefunden. Warum? Weil ich bin jetzt hier unter C users.da. Um jetzt diese Nougat-Exe aufrufen zu können, muss ich jetzt erstmal zurückgehen, dann in CD Tools machen. Und dann kann ich hier Nougat.Exe aufrufen. Und dann kommt hier auch die Ausgabe, beziehungsweise wird dann diese Exe-Datei ausgeführt. Sieht man jetzt hier an dieser Ausgabe. Die andere Alternative ist, die ist auch ein bisschen genauso umständlich im Prinzip. Ich kann jetzt ja hier, um diese Nougat.Exe aufrufen zu können, kann ich auch den vollständigen Pfad angeben. Nougat.Exe. Dann wird mir das hier genauso ausgeführt. Ja, das Ganze ist natürlich jetzt trotzdem ein bisschen umständlich. Warum? Weil ich jetzt ja, wenn ich jetzt in irgendeinem Pfad bin, muss ich dann entweder den vollen Pfad angeben oder in den Pfad hinein wechseln. Die Pass-Variable erlaubt mir sozusagen Pfade zu setzen. Und die ausführbaren Dateien, die da drin sind, die werden dann sozusagen überall in der Eingabeaufforderung berücksichtigt. Jetzt schauen wir uns mal an, wie wir das konfigurieren können. Pass-Variable, die konfigurieren wir in den Einstellungen von Windows. Dazu klicken wir rechts auf das Startmenü und da haben wir hier diesen Unterpunkt System. Der öffnet sich dann hier. Da sind wir jetzt hier drin und da klicken wir hier auf die verwandten Einstellungen System-Info. Da öffnet sich dann hier ein Fenster der alten System-Steuerung. Da sind wir immer noch nicht am Ziel. Da müssen wir hier erstmal noch auf die erweiterten System-Einstellungen gehen. Es öffnet sich ein weiteres Fenster und da klicken wir dann hier auf die Umgebungsvariablen. Hier sind dann in diesem Dialog sind dann alle Umgebungsvariablen von Windows im Prinzip dargestellt und können dann auch hier konfiguriert werden. Hier sehen wir jetzt die ganzen Umgebungsvariablen. Ja, was sind eigentlich Umgebungsvariablen? Im Prinzip sind das ja Variablen, die Windows verwendet für verschiedene Anwendungen. Man sieht jetzt hier zum Beispiel, dass der OneDrive Ordner jetzt hier definiert ist. Hier haben wir die Pass-Variable, die wir jetzt ja im Prinzip bearbeiten wollen. Da haben wir hier noch was für Temp. Hier unten haben wir noch einen ganzen Satz an System-Variablen. Da sieht man jetzt, hier ist zum Beispiel der Prozessor und solche Sachen drin. Das hat Windows da einfach schon eingetragen. Es gibt hier zwei Bereiche. Das sind einmal die Benutzer-Variable und einmal die System-Variable. Was ist hier der Unterschied? Nun, die Benutzer-Variablen, die sind jetzt nur für mich als angemeldeter Benutzer gültig im Prinzip. Wie zum Beispiel jetzt hier meine OneDrive oder wenn ich jetzt hier diese Pass-Variable bearbeite und diese Nougat-Exe da hinzufügen will, dann wird das nur für mich, wenn ich das jetzt hier oben ändere, ist das nur für mich gültig. Wenn ich das unter den System-Variablen hier ändere, dann ist das für alle Anwender, die hier am Computer tätig sind, gültig im Prinzip. Man kann es im Prinzip jetzt hier in beiden vornehmen, diese Änderung. Muss man ein bisschen überlegen, ob ich das jetzt für alle Anwender haben will. Im Beispiel ändere ich jetzt hier einfach meine Benutzer-Variable. Zum Bearbeiten einfach auswählen, dann hier auf Bearbeiten gehen und dann öffnet sich hier dieses Fenster. In Windows 10 ist es ganz schön gelöst. Da hat man jetzt hier diese Tabelle. In Windows 7, wer das unter Windows 7 macht, der hat da ein bisschen einen anderen Dialog. Da hat man einfach, sind alle Einträge hier in einer Zeile mit Semikolon getrennt und da muss man dann selber ein bisschen da herumfitzeln oder beziehungsweise einen neuen Pfad hinten ranschreiben. Hier können wir in Windows 10 einfach neu machen und dann hier C-Tools eingeben. Es wird hier immer der komplette Pfad genommen, allerdings auch ohne Unterordner. Das heißt, wenn ich jetzt hier in C-Tools noch irgendwelche Unterordner habe, die müsste ich dann extra angeben. Mit OK übernehmen, auch hier wieder OK, OK, das hier zumachen, das da zumachen. Jetzt schauen wir wieder in die Eingabeaufforderung und schauen wir, ob das Ganze geklappt hat. Noch wichtig, die Eingabeaufforderung auf jeden Fall neu starten und wenn das Ganze dann passiert ist, können wir einfach jetzt hier Nougat eingeben und dann sieht man, er führt jetzt den Befehl aus, unabhängig davon, wo wir gerade sind. Und auch wenn ich jetzt in einen anderen Ordner wechsle, wechsle ich jetzt hier mal zum Beispiel in Videos hinein und gebe jetzt hier ebenfalls Nougat ein, dann wird das ebenfalls ausgeführt. Und im Prinzip kann ich jetzt hier unter C-Tools kann ich jetzt hier, ja, im Prinzip, also als Beispiel mal eine ganze Sammlung an Kommandozeilen, Werkzeugen da reinpacken und habe dann da überall drauf Zugriff. Und so kann ich über die Pass-Variable da beliebige Pfade hinzufügen. Ich sollte jetzt aber auch nicht zu wild da Pfade hinzufügen. Letztendlich kann es dann auch Probleme geben, wenn jetzt Programme gleich heißen. Und je mehr ich da hinzufüge, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert. Ja, das war's. Pass-Variablen in Windows. Wie gesagt, nicht für jeden unbedingt so interessant, sondern eher für Leute, die ab und zu mal auf der Kommandozeile unterwegs sind. Das war's, was ich zeigen wollte. Ich sage Tschüss, euer Indy vom EQBlog.